ARD Text im Auftrag von Funk Was ist los? Dort läuft einer im blauen herum. Hier fahren zwei Zoomen. Was ist strange, eh? Ja, gell! Oh, shit, Bullen kommen! Achtung! Puh! Shit, die haben mich gesehen. Hallo miteinander, herzlich willkommen zu Let's Play Saints Roam. Wir wollen hier genau... Professor Genki, ein anderes Game! Genki, Genki! Wie heisst das Logo? Wie heisst das Spruch? Ich weiss jetzt gerade nicht mehr. Ist gleich. Murder, irgendwas Fun. Murder Gun, Fun Gun, irgend sowas. Okay. Okay. More Mascots. Okay, okay. Okay. Okay, okay. Oh, das habe ich schon gehört. Nein, ich will es gar nicht erst anzulangen. Das ist ein Dildo schwer. Ich kann schon eine Zeit raus, ich will es. Sind die drüben? Boah! Sicher mal ein Schild, oder? Ah, bin ich von da rein gekommen. Der Panda gelacht, hat er es gehört. Jetzt bräuchte ich mal so ein Helftschild. Wenn er abbrach, finde ich. Aber immer noch ein Schild. Das Blumen ist zu lange. Im Insane String! Der Schild! Dank Gott. Aber das Dildo-Schwert. Was, Big Guy? Nein! Wo? So ein Big Guy. Oh! Nein, ich kann nicht einer drauf ausziehen. Oh nein. Oh nein. Nein, leer, da hast du auch nicht gedruckt. Gesicht. Oh, sind es zwei? Ja, okay, ich bin tot. Oh! Voll geil. Ja, ich mache es nochmal, aber ich muss es nicht zuschauen nochmal. Wir sehen uns da nicht bei denen wieder. Oh, Big Guy kommt jetzt schon. Oh man. Oh, ein übeliges Geschicht. Das ist vielleicht sechs. Hoffentlich brennt er in der Wüste. Also, Big Guys versuche ich gar nicht erst killen. Dann versuche ich noch vorbei zu kommen. Wenn möglich. Okay, hat er mich verloren. Das ist optimal. Das ist optimal. Das ist unglaublich. Gott. Nein, was? Fies. Pfist. Witz! Vierter. Witz! Well. Vor ... Witz! Jetzt habe ich etwa 5 Versuche oder so gebraucht. Ich dachte, ich komme an den Big Guys vorbei. In den ersten habe ich dann runtergemetzgered. Da sind 2 gekommen. Dann habe ich den dann nochmal geschafft. Voll blöd. Einen habe ich dann einfach den 2 geschafft. Die werden Genkis gehen schon gut. Wenn man sich ein wenig Mühe gibt. Nicht schlecht, oder? Dort ist mal Sagen. So, jetzt haben wir eigentlich genug Cash, um uns die Stahlfabrik zu leisten. Das will ich ja gerade. Wo ist mein Auto? Ok. Hey. Ah nein, das ist ein Morgenstern. Ich wollte sie mitnehmen. Ich dachte, sie war von mir. Auto. Ah, Moment. Ich habe ja das Handy. Mhm. Telefon. Fahrzeugen. Oh. Keine Ahnung. Was ist das? Ich glaube, das ist mein anderer. Mein grüner. Kann das sein? Ja. Der ist ganz cool. Der ist der von den leideren Männern. Oh, fuck. Sorry, Alter. Jesus mal eins. Oh, oh, oh. Der wäre auch schön gewesen. Oh, Moment. Ich bin heute zukünftig Boss. Ich komme. Ich bin cooler Boss. Ja. Gibt es etwa 600 Brustrund? Ja, voll. Mhm. Gefällt mir. Ähm. Der hier noch. Ja, wir haben noch Cash. Schutzengel. Schwierigkeit hart. Das ist, glaube ich, der, wo man eben im Heli sitzt. Das können wir sonst noch machen. Jetzt gehen wir zuerst mal das total Lego kaufen. Scheiss egal. Ja, das tun wir einfach nichts mehr. Erst, glaub ich. So? Rim Chubs. 32% gehört uns von der Einsel, kann das sein? Aha, wahrscheinlich ist die ganz gemeint, dann kann es etwa sein. Ja, logisch ist die ganz gemeint. Also, das gehört schon mir. Nein, das gehört mir. Das gehört mir, das nicht. 5000... Nein, nicht ganz. Also, dann probieren wir doch den Schutzengel schwer. Das gibt Cash, das gibt Gebiete und dann können wir gleich noch die Insel fertig kaufen. Das wäre doch Optimum. Das Optimum von dieser Episode. Weg, weg! Wow! Mach das nicht, Frau! Das ist frech. Was zur Hölle? Wieso fährt der Fall Rückkehr? Okay. Okay. Okay, ich komme jetzt raus. Bleib meine Augen auf, bis ich ein guter. Ja, 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 ja. Du hast was, was wir wollen? Oh, ja! Cool. cool oh ja da sie sich rückwirkst, ich habe auch nicht mehr Gefühl, dass ich rückwirkst sorry pierce so fach Ja das muss ich wahrscheinlich wiederkommen, ja Ja das muss ich wahrscheinlich wiederkommen, ja 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 du bist jetzt nicht tot Ja 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 Ich kann hier mal arbeiten. Ist ja wieder genau das gleiche Ort. Eigentlich muss der Ort. Ist einfach schwer. So be it! Und bei Regen. Oh nein. Haben wir alles erwischt? Ganz einfach. Das ist der Blutpumpen. Auf meine Leine. Oh! Okay, okay. Okay. Jetzt ist das Vorwärts-Kunsch-Gesicht. Loops. Neee! Okay, okay. Haben wir es? Oh yeah! Aber jetzt gehen wir gleich noch das Ruhrgebäude zu verkaufen. Ah! Ich habe falsch geschaut. Es ist erst zwölf. Jep! Very nice. Äh, was? Oh, habe ich das schon mal gemacht auf hart? Was ist denn da? Jetzt ist egal. Jetzt gehen wir mal dort unten. Ich habe es doch jetzt geschafft. Danke. Wow! Oh nein, ist cool. Hat es nicht gerade Vortrag gekriegt. Und der Cap flüchtet vor mir. Das ist sympathisch. Sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Alright, let's do it. We wish this time. Needle Park. Rusty's Needle. Das hätte ich gerne. Das hätte ich gerne. Alright. Hey, Rusty. Nein. Oh je. Rot. Oh je. Oh ja, ein Schmetterling. Das wäre geil. Das wäre geil. Dass ein Strich kommt. Jöööö. Oh, das sieht man gar nicht. Yeah. So ein Zeich. Jetzt gibt es halt Respekt plus 3. Stern auch. Respekt plus 3. Bild KZ. Das sieht man fast nicht. Hm. 3 Respekt. Alles gibt es auch eine krasse. Ah, dort habe ich ja schon weiss. Ja, kommt ein Slender. Nein, das sieht man gar nicht. Voll Eis. 3 Respekt für gar nichts. Ha. Cool. Cool. Ah. Schade, dass hier die Musik nicht läuft. Nein, noch kein Cash. Verbesserungen. Ja, ja, ja. Ich weiss aber gar nicht, was ich hier alles nehmen soll. Ich könnte mir hier Tipps geben, was es gut ist. Keine Ahnung. Vielleicht der zweite Begleiter noch. 12.000. Ja, okay. Ich glaube, zuerst muss mich wirklich auf Cash machen fixieren. Und wieso das ich das nicht überkomme? Wissen ihr das? Per Zufall? Das wäre geil. Ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn wir die Stadt gehen und in Unruhe stürzen. Und dann nachher selber wieder Ordnung bringen. Ich hoffe, ich finde ja eine gute Strategie zum Stadt übernehmen. Also. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ich es nützen. Peace.